Gut, dann kommen wir zum letzten Level, ne? Oha! Letztes Level! Hab ich denn überhaupt noch genug Folgen für die nächste Woche? Ich hab auch fünf, ich bin jetzt bei... Oh doch, 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 krieg ich locker hin! Ich bin jetzt... Das ist ja gerade die fünfte Folge. Bosse im fliegenden Wechsel! Das wird natürlich super und ich glaube, es bringt mich halt zu viel beim ersten Mal, weil ich hab gar keine... Oh, tot, okay. Ich hab nämlich kein... Wobei, das ist natürlich totaler Scheiß. Tod ist natürlich richtig Bullshit. Äh... Ja, auf jeden Fall, das geht hier natürlich, wie man es schon hört, um Bosse. Und, äh... Ja, genau, genau deswegen bringt nichts. Ich weiß aber gar nicht, wäre es vielleicht sinnvoller, ähm, Rosalina zu nehmen? Ja doch, es macht mehr Sinn, macht auf jeden Fall mehr Sinn. Und ich geh raus und nehm Rosalina. Ähm... Für die meisten Gegner braucht man das... Muss das jetzt nicht sein, aber, äh... Für einen ganz bestimmten ist das... Äh... Auf jeden Fall sinnvoller, einen Angriff zu haben. Genau, wunderbar. Komm her, mach hin, gib Gas. Du, 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 du... Na, wohin? Da. So. Er kommt da hin, dann... Machen wir den hier. Warten wir hier auf den. So. Auf den Kopf. Dann... Ja, hinten, dann... Warten wir hier auf ihn. So. War schon mal sehr schwer auf jeden Fall. Gut. Ähm... Dann haben wir das. Ich sammle die Dinger übrigens noch nicht ein. Einfach nur, damit ich, äh... Hier zum Beispiel ist da... Wäre dann jetzt das... Äh, das Zeichen. Also das ist das... Würde es jetzt anzeigen, wie viel ich habe. Und das finde ich natürlich doof. So. Kann ich sie natürlich auch so angreifen. Ist natürlich auch nicht schlecht. Na, bitte. Also für Thumbnails meine ich das, ne? Von der Anzeige da oben. In der Mitte wäre dann halt immer... Die Anzeige, wie viele... Von den Dinger ich bereits habe. Welche ich natürlich noch brauche. Ah, ich glaube, ich nehme hier. Ah, ne, das war... Obwohl, das geht. Das geht. Mit Rosalina geht das. Oh mein Gott. Ich bräuchte aber am besten so einen Backup-Pilz oder irgendwie sowas. Aber... Oder allgemein irgendeinen Backup, weißt du? So. Er macht natürlich seinen ganzen Kumpan kaputt. Macht nix. Und tschüss. So, haben wir das. Warten wir. Kommt da der Stern. Und raus hier. Ich glaube, hier waren die Wumps. Äh, waren die... Genau, das waren die... Dings. Da kommen Katzen. Das heißt, da kann ich... Äh... Auch... Da braucht man die auch am besten, weil... Ich gehe mal erst nach hinten. Wobei, das ist nicht so toll, weil ich dann die Schatten nicht sehe. Äh... Ich muss gerade wirklich auf... Dings warten. Darauf warten, dass hier eine Katze kommt. Weil sonst, äh... Bin ich relativ aufgeschmissen. Ah, da komme ich. Nein. Ohoho. Da wäre natürlich nicht so toll. Hinzugehen. Gut, dann haben wir das. Und jetzt geht's auch einigermaßen. Jetzt kann man anfangen. Noch eine Katze. Okay. Ach, scheiße, Mann. Das ist immer das Blöde, wenn die ihren... Fuck. Mann. Natürlich. So. War ja super. Warum kann ich den eigentlich nicht auf den Kopf klettern? Alter. Mein Gott. Diese Steuerung dieser Katze ist echt zum Kotzen manchmal. Wenn sie klettert... Das ist echt... Und jetzt... Die... Die hüpft einfach so behindert. Ey. Das sind so... Krüppel. Natürlich. Oh, jetzt sind die Dinger nicht hoch genug. Das ist zum Kotzen sowas. Ich hasse es, wirklich. Jetzt habe ich keine Katze mehr. Bla, bla, bla. Komm. Mach hin. Gas. Irgendwo muss das aus dem Boden schießen. Natürlich genau falsch. Jetzt macht er wieder alles kaputt. Alter. Die Dinger sind nur nervig. Und ich muss jeden dreimal treffen. Ich weiß gar nicht... Oh. Ich konnte auf jeden Fall beide gleichzeitig treffen. Das war gut. Aber... Ich brauche... Hallo, Leute. Kommt ja mal aus dem Boden hier, scheiß Penner. Mann. Oh, Mann. Das nervt tierisch. Hallo. Ey. Ist das natürlich mit dem Arsch oder was? Toll. Jetzt kommen sie. Na, komm. Mein Gott. Ich werde die Zeit nicht kriegen. Ich kriege ja keine Zeit mehr dazu. Das ist super. Ich glaube, ich muss neu anfangen. Ja, lohnt nicht. Ich fahre neu an. Es bringt einfach nichts. Ich... Ja. Äh. Also man sieht schon, das ist das größte Problem an diesem... Level. Wie gesagt, ich bleibe bei ihr. Ich weiß gar nicht, mit wem ich das... das andere Mal gemacht hatte. Aber ich weiß auch auf jeden Fall, dass man von... äh, Zischel, also von dem einen... äh, von der Frau auf die... auf den... auf den... ne, Mann. Ah, gut. Also von dem Blauen auf den Rosanen. Kommt. Buß. So. 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 Ja, ist ja nicht unbedingt der schwerste Gegner, den es gibt. So. Einmal das. Fertig. Na los. Ist mal eine Zeit, die du vertrödelst. Alter, ohne Scheiß. So. Dann du. Genau. Nein. So. Dann... ist du das. muss man sie nicht auf den Kopf... muss man sie nicht auf den Kopf springen. Das ist... immer ganz schön. So. Und jetzt zu dem... komischen Wump-Gedöns hier. Keine Ahnung, wie der heißt. Ich kenne allgemein die wenigsten von den Namen. So. Okay. So, jetzt rollt er erstmal. Bisschen... Ne, der hat ja einen sehr... großen Wendekreis. Dann macht er jetzt seine... Uts. So. Kann ich einen auf jeden Fall wegschmeißen. Der andere... Den anderen macht er gleich entweder kaputt, oder... er schießt ihn weg. So. Dann warten wir jetzt nochmal darauf, dass er... genau das macht. So. So. Da kommt das. Dann gehen wir erstmal hier rein. Er ist auch nicht so schwer. Na, das war nicht doll. Das war einfach doof. Oha. Diesmal versuche ich ihn... oder diesmal mache ich ihn mit ihm. Ding. So. Immer schön drauf. Ach, ich sehe ihn gerade nicht. Gerade. Wow. So. Okay. So. Teil. Und jetzt dürfen wir nochmal... wieder klein anfangen, klar. Aber wir brauchen eh Katze eigentlich. Ist auf jeden Fall das sinnvollste, muss man sagen. Oh. Oh, ja. Ich bleib erstmal irgendwo stehen. Und achte auf den Schatten, sofern einer kommt. Kommt der eigentlich immer gleichmäßig, oder? Nee. Scheinbar nope. Ja, der ist natürlich grandios. Oha. Scheinbar. 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 Und aber du bist klein. Das heißt, ich komme da rauf. So. Die Dinger kommen weg. Und so. Und so. Genau das war das, was ich gemacht habe. Man kann nämlich schön beide mit einmal hinkriegen. Muss man allerdings auch wirklich springen immer gedrückt halten. Aber wobei ist nicht so schwer. Ich versuche mal hier hinten. Ah, war ja super. So, du. Hier hinten. Irgendwo. Hallo. Oh, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Alle auf einen Fleck. Ohne Scheiß, ne? Ah, toll. Jetzt ist er weg, ne? Jetzt. Jetzt haut der Feigling ab. So. Komm, komm, komm. Mann, ich habe kein... Ich habe nicht ewig Zeit hier. Jetzt sehe ich wieder gar nichts. Nein. Oh, das sind zwei Angreifer. Scheiße. Das nervt. Wenn die wirklich... Wenn die einfach nichts kommt, so. Die sind entweder zu flach oder... Verpust dich einfach. So. Dann machen wir den, den und zack. Das wird echt knapp. Ich meine... Ich kann schon mal spoilern. Danach kommt noch ein Gegner. Und... Ja, nee. Also, nein. Ich glaube nicht, dass ich das packe. Na, vor allem nicht, wenn diese... Birch... Sich einfach denken. Nö. So, jetzt aber. Und das Blöde ist einfach, die brauchen jetzt Ewigkeiten. Ah, macht hin, Leute. Ich habe keine... Ich habe keine... Ich habe nicht ewig Zeit. So. Okay. Zack. Ja. Wie gesagt, äh... Ich weiß nicht, ob ich mir das packe, in 60 Sekunden den Gegner zu plätten. Das ist wirklich das größte Problem. Oh, hey. Jetzt... Das tun wir gar nicht... Ah, nee. Stimmt. Die sind ja eh alle weg. Stimmt, die werden ja nicht mal angezeigt, weil ich sie ja schon alle habe. Okay. Vor allem das Problem ist ja nicht, dass ich sage, ich treffe... Ich kann ihn nicht so schnell treffen oder so. Also, ich kann ihn... Ich bin zu langsam dafür, so. Sondern es ist, glaube ich, eher das Problem, dass ich, äh... Dass er zu lange braucht, um irgendwas zu machen. Das wird, glaube ich, das größte Problem. So, ich nehme mir das mit. Ja, siehst du, 20 Sekunden habe ich nur noch. Er braucht einfach tierisch lange. Das ist das größte Problem, glaube ich, an diesem Bullshit. Ja. Damit ich kein Leben verliere. Einfach. Wobei, ich glaube, jetzt habe ich auch kein... Ach, das war dumm. Das war dumm. Dann hätte ich nämlich jetzt eine Ersatzkatze da gehabt. Und dann hätte ich... Naja. Okay. Okay, das war doof. Merke ich mir für das nächste Mal. Da muss ich mich beeilen. Ich meine... Vom Ding her, ich kriege die Gegner recht schnell platt. Ist wirklich so. Also, ich meine, die ersten Gegner nur eben... Die beiden von Zischels. Die brauche ich... Dafür, die brauche ich ewig. So. Und man kriegt einfach keine Zeit für... Äh, wenn man durch das Ding geht. Ich meine, das hier... Okay, zack. Boom. Erster Treffer. Dann schläge ich mich hin. Dann, hopp. Zweiter Treffer. Und dritter Treffer. So. Gegner besiegt. Jetzt brauche ich aber so lange, um zu sterben. Das ist, glaube ich, im Großen und Ganzen das, was einem wirklich die Tour vermasselt dann. Ich meine, ich, ich, ich... Was? Da kommt sie. Auch das. Gut. Hier ist jetzt wirklich kein Problem. Äh. So. Bum, bum. Eigentlich voll süß, aber okay. Äh. Bum, bum. Äh. So. Auch das nicht schwer. Dann macht sie mit ihr das nächste. Bum. Auch schnell. Und. Da vorne. Bum. So. Haben wir das. Jetzt muss sie auch wieder sterben. Gleich weiter. Und das hier. Yay. So. Das ist wieder natürlich kein Problem. So. Na toll. Das ist wieder klein. Das ist wieder super. Ja. Das ist wieder klein. Das ist wieder klein. Das ist wieder klein. So. Auch hier brauchen wir wieder Jahre. So. Jetzt die von Zischels. Da muss ich natürlich wieder warten, bis eine blöde Katze kommt. Also. Beziehungsweise. Ich kann auch ohne Katze anfangen. Aber es ist halt sinnvoll. Ah. Toll. Komm. Fängt natürlich nicht an, bevor ich da nicht irgendwie in die Mitte gehe. Natürlich. Ich meine. Boah. Warum nicht? Das ist echt zum Kotzen. Und das ist ja nicht so, dass es ein schnelles Level ist. Na. Das ist ja auch nicht der Fall. Es ist. Und es dauert so Ewigkeiten, alles anzugucken. Oh. Muss ich gar nicht. Aber es dauert einfach Ewigkeiten. Ich meine. Es ist ja schön und gut, wenn man den Gegner einmal kriegt. Und bla. Und dann macht er seine komischen. Was auch immer er macht. Na. Dann hat er seinen komischen Kram. Und dann irgendwas klar. Dann ist das schön. So. Aber es dauert einfach Ewigkeiten. Da macht er es immer wieder und 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 immer wieder anzugucken. Ich bin mal gespannt, wie lange die Folge wird. Ich werde das wahrscheinlich in einer Folge reinballern. So. Da kommt sie wieder. Du darfst überspringen. Nicht. Okay. Dann eben nicht. Bum, bum. Bum, bum. So. Und jetzt Nächster. Nächste. Wie auch immer. Ich glaube, man kann das sogar sehen, wo sie hinfliegt. Ich glaube, man kann das sogar sehen. Ah. Welch ein. Unglaublich. Nehmen wir das hier erstmal. Hey. Bum, bum. Hey. So. So. Okay. Der ist ja noch nicht so schwer. Oh, mein Gott. Scheiße, Mann. So. Da dachte ich, ich kann es packen. Nein, natürlich nicht. Yay. Los. Das ist wirklich das einzige, der einzige Boss, der mich, der mir gefährlich wird, aber auch nur wegen der Zeit. Ist ehrlich so. Muss man einfach sagen. Das ist, alle anderen, die kann man eigentlich, ach, mit einem Hit kriege ich die locker mit. Also, das habe ich kein Problem damit. Gehen wir ein paar hiervon mit. So. Ich glaube, das ist immer nach dem gleichen Schema. Ich glaube, die kommen immer gleich. Hoch. Das heißt, gleich müsste einer hier vorne kommen mit einer Dings. Mit einer Katze drauf. Na? Ja. Ne. Auf der anderen Seite. Da. Da genau. Und die ist auch jetzt hoch. Genau. Wunderbar. Wunderbar. Okay. Dann beginnt es jetzt. Na los. Scheiße. Mann. Hallo. Na, ich hasse es, wenn einfach keine Viecher kommen. Los. Wurm. Gewürm. Nicht die beiden hier hinten, bitte. Na ja, war auch nicht toll. Los. So, einmal das. So. Fuck, Alter. Ohne Scheiße. Was geht gerade ab? Äh, ich hatte gerade einen Lag. Deswegen war gerade sehr komisch. Gut, er werde das wahrscheinlich eh gesehen haben, diesen Lag. Na, das war nichts. Okay. Aber jetzt explodiert er wenigstens schon mal. Los, 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 los. Ich habe danach auch noch... Ich habe danach noch zwei Kämpfe zu kämpfen. Los. Mein Gott. Zum Kotzen. Echt. Was zum Teufel? What the fuck? Meine Güte. Jetzt aber. Los. Und jetzt explodiere endlich. Dann kein Bock mehr auf dich. Los. Tschüss. Tschüss. Geht doch. Jetzt gehen. Los, 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 los. Das, äh, muss langsam mal hopp. Komm. Ah, Wichser. Komm, 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 komm. Wichser. Alter, ohne Scheiße. Los. 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 Ich brauche Gegner. Los. Alter. Mach hin. Schnarch. War klasse. War klasse. Nein. Mein Gott. Hä, what the fuck? Alter. Alter. Echt. Echt. Es geht mir gerade tierisch auf den Sack. Ohne Flax. Jetzt mach hin. Alter. Willst du mich verarschen? Los. Ah, zum Kotzen sowas. Echt. Los, mach hin. Ich hab keine Zeit. Ohne Fax. Ach. Die wollen mich alle verarschen, ne? Das Ding fängt auf einmal an, sich wieder zu drehen. So, völlig unnötig. Mach hin. Ey, ich hab trotzdem nur 78 Sekunden. Das ist es. Und ich hab, mein Gott, ey. Das ist so unglaublich. Mach hin. Los. Ah, toll. Ist ja super. Meine Güte. Macht Spaß. Echt. Ich find das super. Dieser letzte Level ist der größte Müll. Ohne Scheiß. Er ist nicht schwer vom rein... Meine Fresse. Vom reinen Level her ist er ja nicht schwer, aber er ist... Das ist einfach... Diese brauchen so lange. Ja. Toll. Ich hab keinen Bock mehr. Ohne Scheiß. Ist das zum Kotzen, sowas? Ah. Meine Fresse. Ohne Scheiß, ey. Ich mein, wer hat sich das ausgedacht, da so wenig Zeit? Ich mein, wenn man eine Sekunde... Das reicht nicht. Ist einfach so. Da brauchst du richtig viel Glück, dass du einfach wirklich... Ich mein, es ist schon, ich sag mal, relativ schwierig, die Gegner überhaupt zu töten. Nein. Es ist nicht schwer, aber ich mein, es ist wirklich die Zeit. Die hast du einfach nicht, weil die brauchen so ewig lange, um ihre Scheiß auch Angriffe... Toll. Ich kann eigentlich wieder an... Ich kann schon wieder neu anfangen. Das ist Zeit, die ich nicht habe. Das ist einfach so. Das ist einfach so. Ich kann da nicht... Keine Sekunde verschenken. Eigentlich. Aber so gut wie. So. Los. So. Jetzt mach hin. Wie gesagt, die Gegner selber... Pfff. Gar kein Ding. Krieg alle Logger tot. Nur die Zeit. Die ist echt der größte Feind hier. Und du kriegst einfach keine. Wenn du sagst, okay, du kriegst nach jedem Gegner irgendwie meinetwegen... 50 Sekunden oder irgendwie sowas im Dreh. Es muss ja nicht so viel sein. Es reicht ja... Ich meine, es reicht ja... Nach jedem Gegner 10 Sekunden würde ja schon reichen. Das wären ja 50 Sekunden für den letzten Gegner noch mehr. Das würde ja locker reichen, ne? Aber nööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Da, glaube ich, ne? Genau. Der kommt immer so der, der so ein bisschen krüppelig ist. Okay. Der sah jetzt, dadurch, dass er, glaube ich, nach unten ging, sah er nicht so krüppelig aus. Aber vom Ding her war er krüppelig. Yay! Ach, schade. Ich wollte eigentlich wieder den anderen nehmen. Naja, egal. Ah. Super. Nicht kaputt machen. Das ist auch Zeit, die ich nicht habe. Das ist super. So. Das Beste wäre natürlich, wenn ich da keinen Gegner verkacken würde. Also, wenn ich da noch einen Gegner übrig hätte. So. Ich habe hier Gegner übrig. Aber es kann gut sein, dass sie sterben. Oder kaputt gehen. Natürlich. Los. Nach hinten. So. Wenn dabei die Zeit angehalten werden würde, das würde auch schon reichen. Na? Ich meine... So. Hin. Hin hin. So. Okay. Hä? Oha. Das war schon wieder knapp. Okay. Immer schön gucken. Ich sehe den gar nicht. Oh, man kann draufstellen. Das ist auch... Ah. So, jetzt aber. Los. Okay. Dann haben wir wenigstens... Sind wir wenigstens groß? Alles klar. So. Es fängt jetzt an, dass links kleine kommen, rechts kleine kommen. Da hinten kommen ein paar große. Naja. Naja, okay. Da hinten kommen noch ein paar. Und jetzt kommt, glaube ich, links wieder was. Und rechts kommt einer mit... Katze drauf. Naja. Naja, das war super. Wir warten hier. Weil hier kommt nicht... Ah. Fuck, 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 fuck. Nein, Gott. Alles kommt auf einen. Punkt. Ah, das war nichts. Natürlich. Jetzt soll es wieder tausend Jahre, bis die wieder herauskommen. Los. Bitte. Mein Gott, das dauert so tausend Jahre ohne Scheiß. Ich glaube, ich muss einfach nur einmal draufbleiben und dann kann ich hochspringen. Das ist, glaube ich, der Trick. Ah, fuck. Huch, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nur die Katze nehmen. Sehr schön. Dann haben wir das. Los. Go, go, go. Sterbt, sterbt schneller. Ihr braucht so lange zum Verrecken. So. Okay. Dann sammeln wir jetzt alles ein. Zack. 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 Sehr schön. 132 Sekunden. Das kann was werden. Das kann was werden. Jetzt darf ich nur nicht sterben. Aber das ist eigentlich vom Ding her gar nicht so das große Problem gewesen. Noch nie. Also das war ja wirklich bis jetzt eigentlich noch nicht so das Problem. das Schwierigste sind, ist es hier, den, oh, gewonnen, 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 ne, geschafft, so. Äh, das Schwierigste ist es hier, diesen Schallwellen da auszuweichen. Ne, wie man sieht. Alter. Oder das Ding einfach zu treffen, so. Meine Fresse. 85 Sekunden noch. 81, 80. Das sollte ich aber hinkriegen, weil nämlich nach diesem, äh, kommt wieder das Standard. Fuck. Oh, ey, was ein Glück. Ich dachte, ich falle da runter, ey. So. Da kommt nämlich, kommt nämlich ein 100 Sekunden Ding. So, haben wir's. Alter. Jetzt versuchen wir einfach mal, da oben ran, zu springen. Ich hoffe, ich schaffe das. Jawoll. Oh, ich glaube, das wird ne überlange. Ich bin jetzt bei 1,45 und ich glaube, ich bin bei 1,15 oder sowas. Äh. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Also, wir haben fast 300 Sterne. 299. So. Und. Jetzt ist es so. Ich werde. Ja, wir sind durch. Eigentlich vom Ding. Ich werde, glaube ich. Als nächstes versuchen, so viel wie möglich einzusammeln. Heißt, äh, Welt 1 anfangen, Sterne und Dings zu sammeln und die Ziele natürlich und dann so weiter und so fort. Äh, mal gucken, wie weit ich das schaffe und wie gut ich da bin. Äh, ansonsten, ja, weiß ich halt nicht, ob es noch weitere Level gibt. Ich, man kann hier, ich stelle mich hier gerade hin wegen dem, äh, Stein da. Äh, äh, da ist ein Stern, ein Stempel und eine Fahne drauf. Es kann gut sein, dass da noch nach Level kommen, äh, wenn man wirklich alles hat. Das ist meistens der Fall bei Mario-Spielen. Insofern weiß ich, ja, denke ich mal, dass es auch wieder der Fall sein wird und dass dort dann irgendwas passieren wird. Ähm, Ich kann es aber nicht, äh, 100% sagen, aber ich werde auf jeden Fall noch ein paar Folgen raushauen mit, äh, naja, Dings. Dui, dui, bei wenigstens müssen wir hier nicht nochmal reinnehmen, bläh. Nun gut, nun gut, nun gut. Darf ich sagen, das war Super Mario 3D World. Ich hoffe, wie immer, dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns dann hoffentlich, das nächste Mal, wieder, wenn wir auf die Art nach Grünstern und so weiter und so fort gehen. Bis dahin, schau sind. Ja, Freunde, hi, yo, und jetzt willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 3D World. In der letzten Aufnahme haben wir dieses Level gemacht, jedoch, äh, ist mir, das muss ich jetzt mal ganz spontan sagen, leider, leider, die Aufnahme abgebrochen, da gab es ja diesen einen Mega-Lag, kurz vor Ende. Ähm, ich weiß nicht genau, ob ich es jetzt, äh, mittendrin haben werde, oder ob ich das, äh, also ob ich, ob ich jetzt sozusagen das ein komplettes Video mache, oder ein zweites, weil ich werde das gleich nochmal spielen, auf jeden Fall. Ähm, ja, und dann ist mir da die Festplatte vollgelaufen. Unglaublich, aber wahr, meine 3 Terabyte Festplatte ist vollgelaufen. Äh, da muss ich noch auf jeden Fall, jetzt habe ich 600 Gigabyte frei, das sollte eigentlich reichen für die Aufnahme. Ähm, hier ist mir bei den Leveln, die habt ihr nicht gesehen, die werdet ihr nochmal sehen, irgendwann. Sieht man auch daran, dass ich, äh, hier eh nochmal rein muss, wegen den Fahnen. Ich weiß nur noch nicht genau, ob sie sofort kommen, oder, äh, muss ich schauen, wahrscheinlich eher nicht sofort. Wenn ihr unbedingt sehen wollt, wie die Level aussehen und nicht länger warten könnt, äh, dann schreibt es in die Comments. Äh, ansonsten würde ich halt mit, äh, Welt 1, dann 2, dann 3 und dann halt irgendwann wieder hier anfangen, oder weitermachen. Wie gesagt, rein muss ich eh nochmal, wegen der Fahne. Da ist mir nämlich, äh, habe ich aus Versehen das Video zu früh gelöscht. Ich dachte, ich hätte das schon fertig. Nein, hatte ich nicht. Schade. So, dann, wie gesagt, ähm, ich werde das heute auch, das werde ich heute nicht machen. Wenn ihr unbedingt sehen wollt, in der nächsten Aufnahme, wie ich diese Level mache, dann, äh, schreibt es in die Comments. Ähm, das werde ich auf jeden Fall machen, weil das ist halt einfach das letzte Level und, ja. Gut. Ähm, Boss im fliegenden Wechsel, das kennen wir ja schon. Ihr habt ja schon, denke ich mal, anfang davon gesehen. Und, ja, jetzt kommt da auch noch schön, genau. Jetzt kommen ja auch noch ein paar Leute dazu, sozusagen. Ein paar Geist mies sind dabei. Kann man die eigentlich ausschalten, weil die könnten nerven. Aber, so, was hast du denn? Okay. Auch nicht schlecht. Haben wir es ein bisschen einfacher. Haben wir ein, oh, ein Hit mehr. Nehmen wir das hier. Boots. So, haben wir das. Im Großen und Ganzen, die Hits sind eigentlich gar nicht so, aber die haben alle schon eine Katze. Das ist ja voll traurig. Ähm, die Digga lasse ich trotzdem. Ne, 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 ne. So. Genau. Bum, bum. Ich hab doch die Fresse. Ah ja, okay. So, der Krüppel geht nach, ne, das ist cool. Scheiße. Naja, ich weiß nicht, irgendwie finde ich den Dings eh nicht so dolle. Ah, da. So, ich mag den Angriff lieber als den, als, als, als Dings. so. Ich werde auch nichts einsammeln, soweit. Wer war das nochmal? Ich glaube, das war, genau, das war Feuer, Dings. Ah, was war das? Das war. Boah. Genau. Wo bin ich? Ach, da. Ja, die, äh, Dings irritieren ein kleines wenig. Ein kleines wenig. Bisschen, so. Ganz minimal. So. Dann lassen wir die Dinger mal kurz am Leben. Mal gucken, ob sie überleben. sie werden ja gerne von, mhm, ne, ich glaube, die sind, ja, die sind tot. Na, komm, gib Gas. So, alle kaputt. Dann haben wir das. Da, so. Dann, gehen wir erstmal hier rein. So. Weil ich brauche nämlich, ähm, am besten eine Katze. Okay. Anfang to zieren mit dem. Das hat ja ein, blablabla, spezielles Muster. Dann kommt da erstmal eine Münze, die kann ich mir mal einsammeln. Dann kommen da drei Münzen. Kann ich mir mal einsammeln. So. Okay. Oh. Dann kommt links was, dann kommt rechts eine Katze, das weiß ich. Darauf muss ich gerade warten. So. Da kommt noch eine Münze, die ich nicht brauche. Da kommt eine Katze. Genau. Ups, das wollte ich nicht. Und hier hinten kommen noch, höhö. Kommt auf jeden Fall noch ein Ding mit Katze drauf. haben wir das. Ähm, warten darauf, dass wir nicht getroffen werden. Und, das ist ganz schön laut. Das war natürlich wieder schlau, aber, warten wir mal eben, versuchen wir hier, die hinteren sind glaube ich immer die höheren. Nicht immer anscheinend. Ja, ich sehe gar nichts. Das ist immer das Beste. Mist. Nicht hoch genug. Es ist auch gerade mega laut und ich würde es gerne leiser machen, aber ich komme gerade nicht. Wobei ich kann einfach so machen. Und macht es ein bisschen leiser. So. Und dann müsste es verdienen. So. Komm schon. Ach, das nervt einfach, dass man auch gar nicht springen kann und überhaupt nervt. Die sind alle nicht hoch genug. Das gibt es gar nicht. Ich glaube, das schaffen wir wieder nicht. So. Na also. Ne, also ohne Scheiß. Das ist so wenig Zeit nur noch. Das ist nämlich das größte Problem eigentlich. die Zeit. Nein, daneben. Alter, so ein Dreck, Mann. Hätte ich schon packen können und dann. Natürlich. So. So, jetzt brauche ich wieder viel zu lange, um sich kaputt zu drehen. Ne? Ja. Gut, das wird nichts. Zu absolutem nichts. Gar nichts. Null. Nada. Ja. Ja, ja, komm. Boom, boom und so. Vixer. So. So. Auf die Fresse. Explodier. Tschüss. Weiter. 100 Sekunden. Ne. So. Ich weiß gar nicht, wie viel ich beim anderen hatte, aber wahrscheinlich mehr. Das andere Mal. So. Das versuche ich einfach mal. und den kennen wir ja auch schon. Der ist nicht so geil. Vor allem das Schlimmste, an dem es einfach, ähm, sind die Schallwellen, muss ich ehrlich sagen. Das ist wirklich... Oh, ich habe sogar noch beide. Das ist klasse. So, mal gucken, wie schnell wir das hinkriegen. Äh, das Schlimmste, also wie gesagt, die, die Schallwellen sind kacke. Oh. Dann einmal eben nach da hinten, dann hat man nämlich, nämlich noch sozusagen einen Bonus-Hit, wobei der auch nicht viel bringt, weil man, weil beide gleichzeitig getroffen werden können. Ich sehe nichts. So. Das war doof. Na gut, egal. Los, 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 los. Scheiß drauf. Und, äh, perfekt. So. Jetzt ist auch egal, ob ich oben rankomme oder nicht. Ich kann es ja mal versuchen, nochmal mit zweien. Und. So. Wunderbar. Haben wir das auch geschafft. Dann haben wir wenigstens alles außer natürlich die, äh, Sterne, aber die, die, wenn man die nicht, äh, kriegt, dann ist das, dann ist man echt blöd. Einfach. Diesmal habe ich es jetzt nicht gemacht, weil ich einfach Zeit, äh, äh, ja, auf die Zeit ab mussten. Okay.